Musik Hallo meine Damen und Herren, willkommen auf der Green Tournee und heute ist ein besonderer Tag, der internationale Brokkolitag, internationaler Cannabis-Tag und wir haben was getan, ich habe mit dem Herrn Richter-Müller einen Track released, genau heute am 20.04. Das ist normal, Kiffen tut nicht weh, denn Kiffen ist kein Mord, wir wollen Entkriminalisierung sofort. Entkriminalisierung sofort, das fordern wir von der Regierung. Es werden jedes Jahr immer noch Millionen von Menschen sozusagen kriminalisiert und das muss aufhören. Stigmatisiert, als Kriminelle abgestempelt, nur weil sie Brokkoli essen, was soll die verdammte Scheiße, Alter. Trinkt euer Weißbier und lasst unser Brokkoli essen, ganz einfach, wir sind keine Verbrecher, wir wollen gar keine Verbrecher sein. Wer hat euch gesagt, dass wir Verbrecher sind, nur weil wir Brokkoli essen? Der nächste Song, den wir machen, der heißt, wir haben es geschafft, Liga Ismael ist da! Fuck you! Heute wird ein schöner Tag. Schlagzeug ready! Immer! Erstmal guten Saft! Da freut sich der Körper, Alter! Das ist zwar nicht so lecker, aber es ist wahnsinnig gesund. Und darauf kommt es ja an! So, ich gehe jetzt einen Soundcheck machen. Komm, lasst uns auf die Bühne stehen! Ich freue mich! Ich freue mich! Warum habe ich einen Bademantel an? Weil mir voll kalt ist! Voll kalt die Handel! Und da ist Audi am Schlagzeug! Und da ist Audi am Schlagzeug! Ich bin allein noch nicht einsam! Ich bin allein noch nicht einsam! Ein Gold in der Streifung! Warum habe ich das Gabe? Wo ist das mich damals? Freiheit der Vase! Ich will auf verdammte Scheiße! Ich brauch dich am Einfachsein! Ich muss doch glücklich sein! Mit der Mucke läuft's grad! Hab den Erfolg, von dem ich immer geträumt hab! Sie bejubeln ein! Der Demozug, der hat am Brandenburger Tor um 13 Uhr begonnen! Und jetzt werde ich um 16 Uhr 20 doch vom SPD-Gebäude, wo der Zug endet, werde ich jetzt vier Lieder singen! Drei oder vier, mal gucken! Denn Richter-Track natürlich, der nagelneue! Kommissar, oh Gott, roll it up! Und dann geht's auch schon wieder hier zurück ins Astra, weil dann wird das Konzert auch schon beginnen! Aber ich freue mich jetzt erstmal auf die Demo halt! Wir müssen da jetzt echt was machen! Nicht mehr rumreden hier! Ich weiß, es gibt größere Probleme zur Zeit auf der Welt, die wir auch angehen sollten! Aber das darf trotzdem nicht durch den Raster fallen! Schmackhaft als Ganja, mundet auf der Zunge! Astreines Ganja, pur ist die Wumme! Ganz klar kein Tabak, Druck auf der Lunge! Boxen bis zum Anschlag, pump diese Mucke! Alles perfekt, ich häng mit der Truppe! Rauchseilen am Himmel, wir verbrennen einen Dschungel! Und ich hoffe, dass sie uns erklären wird, dass wir die Unterstützung der SPD bekommen! Und dass es nur noch wenige Wochen und Monate dauert, bis endlich entkriminalisiert ist und Menschen nicht mehr verfolgt werden! Und jetzt Greeny! Jawoll! Jawoll! So, dann guck mal mal, wenn der Sound hier oben ist! Hört ihr mich mal, Freunde? DJ Markus, bist du ready? Ja! Entkriminalisierung ist angesagt! Ihr müsst jetzt mal was tun, die Richtung ist klar! Kiffen ist nicht kriminell! Kiffen ist normal! Kiffen tut nicht weh! Kiffen ist kaputt! Entkriminalisierung sofort! Ich seh mich schon mit Katzen in meinem Garten! Ich will nicht mehr! Warten! 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 Also macht es legal und fahr jetzt gleich, was ihr da abseht! Es ist eine Frechheit! Ich bin ein Frechheit! Ich bin ein Frechheit! Und ich bin ein Frechheit! Ich bin ein Frechheit! Ich bin ein Frechheit! Vielen Dank! Cannabis ist ein Rauschmittel und kann genauso süchtig machen und Probleme erschaffen! Und deshalb, wenn ein Jugendlicher Probleme mit Cannabis haben sollte, ein Suchtproblem, was entstehen kann, dann kann er sich an niemanden wenden, nicht an Mama, an Papa oder sonst wer, weil er sich kriminell gemacht hat durch dieses Scheißgesetz! Und das nennt ihr Jugendschutz! Der Staat verfolgt mich, ja ich bin ein Staatsfeind! Das darf nicht wahr sein, gebt endlich das Hand frei! Ich häng an der Wand und es trifft mich an Lattweil! Und ein Kommissar steckt seinen Finger in mein Arsch rein! Welcome to the Darksides, sie ficken deine Freiheit! Sie nehmen dir deine Lappen weg und trinken ihren Weißwein! Und jetzt sind wir ganz entspannt zum Astra gefahren und jetzt gucken wir mal, wer heute da spielt, weil da ist eine große Schlange! Eine große Schlange, meine Damen und Herren! Schauen wir mal! Hey, wer spielt denn heute? Wer spielt da? Ich wollte ihn so ganz normal filmen, aber nein! Das geht nicht! 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 Du solltest dich abverlieben, wenn du dich nicht selbst siehst, wie zu lange schon im Innern dieser Niederschlanke droht dich zu ertränken! Alright! So macht mal Gesangssinburgen meine Freunde! Wiebärisch! Scheiße, umarmungen! Und heute ist ein wunderschöner Track rausgekommen mit den Ehrenwerten, Herr Richter Müller. Ihr müsst jetzt mal was tun, die Richtung ließ klar. Kiffen ist nicht kriminell, kiffen ist normal. Kiffen tut nicht weh, denn kiffen ist kein Mord, wir wollen. Es ist total klasse hier und ich hoffe, der nächste Song, den wir machen, der heißt Wir haben es geschafft, Liga Ismael ist da. Wir haben es geschafft, Liga Ismael ist da. Wir haben es geschafft. Liga Ismael ist da. Ich brauche dich ja ohne Kammern, aber jetzt verbehe ich es nur für die Kleine. Hey Lieben, was machen wir hier? Machen wir jetzt von Blackstone ein bisschen weit? Ja, das ist alles so. Du bist so und glaub ich euch gehen weit. Du bist so und lasst uns euch verkleid. Sag es zu, genau richtig. Ich mach das, lass mich raus nicht mehr. Du bist wieder nice, man, du weißt, was das heißt. Schatz, wir haben beide im Einklang. Hab Süßes dabei, ja. Girl, du bist so heiß. Hab ne große Waffe und zwei Kugeln aus Angst. Du bist dein Einland. Du bist nicht im Einland. So, das große Finale, GreenFat. Habt ihr noch Energie? Und ich leck, und ich leck, doch mal weiß. Und du checkst, und du checkst, und du checkst, was das heißt. Dieser Track, dieser Track, dieser Track ist jungenfrei. Und sie schlägt, und sie schlägt, ihre Zunge ist so weit. Haltet eure Versprechen und legalisiert endlich. Es geht wieder los, wir können wieder kuscheln, wir können wieder Konzerte spielen, Festivals rausgehen. Unsere Arme, wir haben zwei Jahre heftig, mit ziemliche Einschränkungen gehabt. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend. Es wird sonnig, dieser Sommer wird geil, meine Freunde. Und es kommt gute Musik vor mir. Alles Liebe, euer Greeny. Bis dann, meine Freunde. Und das immer nochmals Jaun. Wir sollen uns wiederholen, die Zeit haben. Wir wollen uns nur noch prächtige, diese Unterkunft einstellen.